Kurzer Anlauf, das dauert auch ganz schön und dennoch ist Hans so sicher. So schießt ein Spieler mit viel Selbstvertrauen. 26. Minute zwischen Hannover und Bremen. Die Kranke ist immer wo es war. Da aus den Augen, die Verloren-Könche-Runde und der Bräume ist da 2-2. 24. Minute. Es war für ihr Mann in der Saison. Stovers Flanke, ei, 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 ist das einfach gut gespielt. Müller, Müller, guter Ball und die Bayern führt. Müller, Müller, guter Ball und die Bayern.